Und zwar Leute, würde es mich freuen, wenn ihr das Video disliken könntet. Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Runde Kursg auf MapNuketown. Ja Leute, und heute mit einem kleinen Thema am Start. Ich wollte einfach mal so testen, wie viele Dislikes wir so auf dem Video schaffen. Also würde es mich freuen, wenn ihr ein Dislike droppen könnt. Also Leute, wenn ihr meinen RP-Folder wollt, könnt ihr auch so releasen. Das ist eigentlich mal so bei 500.000 Dislikes, dann release ich meinen RP-Folder. Ja Leute, ich weiß, wie das ein bisschen verpeilt, da ich irgendwie gerade keine Runde geschissen bekomme auf Gommel. Ah, und der hackt. Dreckshacker. Ja, meine Leute, ich kriege schon wieder keine Runde geschissen. Deshalb jetzt mal so ein bisschen anstrengend, würde ich mal sagen. Weil sonst wird das hier nichts mehr mit einem Win. Und dann haben wir ja nice. Ich weiß nicht, alle Leute geben irgendwie gerade so komisch. Jetzt ist es nicht mehr normal. Was ist das, Mann? Und zwar, Leute, würde es mich freuen, wenn ihr das Video disliken könntet. Ich weiß nicht, ich wollte das einfach mal so just for fun machen. Und mal schauen, wie viele Dislikes wir so schaffen auf dem Video. Alles klar. Ich weiß echt nicht, was los ist, Leute. Und wieder der gleiche Spawn wie vorher, glaube ich. Ich kriege einfach keine Runde mehr geschissen. Ich glaube, ich habe heute insgesamt zwei Wins gemacht. By the way, Leute, habe ich auch neue Render-Settings. Ihr könnt immer eure Meinung so in die Kommentare schreiben, wie ihr die so findet. Ob ich die beibehalten soll oder ob ich wieder die alten nehmen soll. Könnt ihr mal gerne so schreiben oder sagen. Und dann haben wir. Da ist noch einer. Der hat kein Schwert. Nice. Oh, der hat Dezent an.